Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 43.100 US-Dollar, würde sagen, sieht derzeit zumindest nach Fahrplan aus. Heute kommen noch sehr, sehr wichtige Daten aus den USA. Wir blicken natürlich noch ein bisschen auf die Forex-Märkte, natürlich auch auf die Stock-Märkte, ob sich da jetzt nochmal irgendwas getan hat, beziehungsweise wie wir hier in irgendwelche Trades rein können. Außerdem natürlich, wie gesagt, auf Bitcoin und auf Ethereum, ob wir hier dann möglicherweise heute noch einen Short-Trade machen. All das werden wir auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer besprechen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video schon mal gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch die Glocke aktivieren und einen Kommentar unten da lassen, wenn euch das Video gefällt. Und ansonsten auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe rein. Schauen wir, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt durch mit dem Video. Wie gesagt, Bitcoin bei 43.100 US-Dollar. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir uns hier diesen Preisbereich um das Golden Pocket, beziehungsweise um das 0786er, mit eben dem neuen Pivot-Point, der hier oben liegt, sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schwer, aber hier diese orange Linie, das ist der neue Pivot-Point, also dieser Durchschnittspunkt für diesen Monat. Dieser wurde auch perfekt wirklich angehittet. Klar, minimal überschritten, aber trotzdem perfekt erst einmal angehittet mit dem Golden Pocket. Wir hatten keinen Close darüber. Und das war ja auch gestern so ein bisschen der Plan, dass wir nach eben diesem Abverkauf durch die FED, dass die Zinsen so bleiben und dass die Aussichten jetzt nicht wirklich gut sind, dass wir hier zumindest mal eine kurzfristige Erholung kriegen, den ganzen Früh-Shorter hier nochmal abholen. Genau das ist ja auch im Endeffekt passiert. Und jetzt sehen wir hier erstmal die Konsolidierung. Das Volumen ist gestern im Laufe des Abends nochmal angestiegen mit eben diesem Pump. Das hat mich noch ein bisschen erstmal zurückgehalten mit der Short-Position. Aber so langsam, wir sehen, das Volumen ist an seinem Tiefpunkt angekommen. Wir schauen uns mal ganz kurz nochmal einen 4-Stunden-Chartes an. Da sieht es gar nicht so dramatisch aus. Auch hier hatten wir natürlich zwei fette Candles nach oben. Aber so die Short-Liquidität hier oben hält sich noch in Grenzen. Das heißt für mich, ich werde das jetzt die nächsten Stunden nochmal beobachten. Wahrscheinlich dann bis ca. 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, weil heute stehen auch nochmal wichtige News an. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, um 14.30 Uhr, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die auf uns zukommen. Was haben wir noch? Durchschnittliche Wochen, Arbeitsstunden, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Also die non-fahrenden Payrolls kommen heute auch noch. Private Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Dann haben wir noch Arbeitslosenrate, Arbeitslosenquote. Also da kommt heute um 14.30 Uhr nochmal ordentlich Wirtschaftsdaten auf uns zu. Und die würde ich gerne noch abwarten. Wir schauen uns einfach mal, wie sich im Laufe des Vormittags die Kurse so ein bisschen entwickeln. Sollten wir, wenn wir jetzt mal hier nochmal einen Timeframe weiter runtergehen, mal einen 15-Minuten-Timeframe, schauen wir uns das auch nochmal ganz kurz an, sehen wir, okay, wir haben hier oben noch einen ordentlichen Wig zu füllen. Also das heißt, diese Zone hier in diesem Bereich zwischen 43.500 bis knapp eben da 43.300, wo unser Pivot derzeit zu finden ist. Diese Zone würde ich jetzt gerne nochmal für den Vormittag im Blick behalten. Wäre so der Plan jetzt, dass wir dann hier oben unsere Short-Position machen. Stop-Loss sollte auf jeden Fall hier oben über 43.800 US-Dollar sein. Zur Erinnerung, wir haben noch eine Long-Position offen. Das heißt, wir können hier einen schönen Hedge machen. Das heißt, 50% der Long-Position, die offen ist, können wir hier einfach für den Short verwenden. Das heißt, wir haben hier einfach einen Null-Risk-Rate. Und können dann hier im Endeffekt auch diese 1,4 Prozent, also Stop-Loss mal hier in dem Bereich der 44.000 US-Dollar, haben wir dann als Risk. Aber wir haben als Zusatz immer noch die Long-Position offen, wo wir dann auch nochmal einen Take-Profit nehmen könnten, um dann die Short-Position auszugleichen. Also das ist jetzt erstmal der Plan. Ich bleibe dabei, dass der Plan weiterhin erstmal nochmal deutlich nach unten hingeht. Ich rechne, wie gesagt, nicht damit, dass wir jetzt hier eine riesen Preisexplosion sehen. Ich gehe immer noch nicht davon aus, dass wir die 45k sehen. Weiß ich nicht, schreibe ich momentan eigentlich immer weiter ab. Natürlich gibt es auch Leute, wo ich gesehen habe, ja, wir bilden jetzt hier schon wieder so ein Head-and-Shoulders-Chart-Pattern. Kann ich euch mal hier einzeichnen, so grob, das war so grob der Fahrplan hier. Das soll das Head-and-Shoulders-Chart-Pattern sein. Kann kommen, wenn wir über 44.000 US-Dollar brechen. Ich gehe aber, wie gesagt, momentan primär nicht davon aus. Ansonsten ist es völlig egal, weil erstens, wir haben Long-Position offen, die hier unten verdoppelt wurde. Ihr könnt euch daran erinnern, da haben wir im Video drüber gesprochen, 42.4, 42.2. Das war einerseits die Verdoppelungszone und für alle, die noch keine Position drin hatten, war das auch der Long-Einstieg. Das heißt, theoretisch, wenn wir hier hochballern, ist es so. Ich bin aber, wie gesagt, derzeit einfach primär noch ein bisschen shortlastig eingestellt, weshalb ich immer nochmal von tieferen Kursen zumindest erstmal vorübergehend hier in diesen 40.000 US-Dollar-Bereich eingehe. Beziehungsweise davon ausgehe erst einmal. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Was denkt ihr? Sehen wir zuerst die 45k oder gehen wir erst runter Richtung 40.000 US-Dollar? Bin ich mal gespannt, wie eure Meinung da momentan ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, viele sind sehr, sehr bullish. Was die Funding-Rates anbelangt, tut sich eigentlich gar nichts. Wir sind absolut im neutralen Bereich. Klar, manche Börsen mehr, manche Börsen weniger. Aber es ist nichts, wo man jetzt sagen kann, okay, wir müssen jetzt in die eine oder andere Richtung, weil die Funding-Fees einfach viel, viel zu hoch sind. Da müssen wir uns derzeit keine Gedanken machen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier hat sich überhaupt nichts getan. Also da muss man schon lassen, Bitcoin momentan eher wieder in so einer kleinen Bitcoin-Season, anstatt dass Ethereum hier irgendwie davon zieht. Sieht man auch, also hier absolut Finger davon lassen, tut sich einfach gar nichts für mich wahr und ist hier weiterhin die Chance des 0.786er. Ansonsten werde ich hier momentan in keine Position bei Ethereum einsteigen. Da gefällt mir auch so vom ganzen, huch, das wollte ich jetzt auch nicht, da gefällt mir vom ganzen, von der ganzen Struktur einfach alles nicht momentan. Wenn wir Bitcoin, wie gesagt, da hätten wir übergeordnet dieses Inverse Head & Shoulders oder je nachdem, wie ihr es eben nennen möchtet, dann hier haben wir gar nichts einfach. Also da würde ich einfach momentan ein bisschen die Finger von lassen. Ansonsten gehen wir rüber zu Gold. Gold weiterhin eher so auf einen aufsteigenden Ass. Da tut sich aber auch relativ wenig, eher langsam aufsteigend. DAX hat sein Ziel hier oben erst einmal erreicht. Wer sich daran erinnern kann, das war so unser Plan vom Wochenausblick. Der Wochenausblick hat aber auch den WIG noch nicht gefischt. Das heißt, auch hier gehe ich immer noch davon aus, keine Ahnung, wer die Position hier mitgenommen hat. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitgenommen, dass wir uns diesen WIG hier noch holen, bevor wir hier eine kurze Trendwende sehen. Und das Gleiche auch, wenn wir uns mal hier S&P 500 und sowas angucken. Also weiß ich nicht, was da momentan los ist. Also gestern kommt wieder komplett to the moon gegangen. Wir warten hier weiterhin ab. Also ich bin hier in noch keiner Position drinnen, weder beim DAX noch beim S&P 500 noch beim Nasdaq und auch noch nicht beim, ja doch, nicht beim Nasdaq. Gleiches Spiel, hier aber auch momentan ziemlich am Ziellevel. Aber, wie gesagt, da warten wir jetzt heute nochmal ab, wie es um 14.30 Uhr eben aussieht. Wie gesagt, die Daten, die hier kommen, sind extrem wichtig. Auch Wirtschaftsdaten, da wird natürlich auch Polen ein bisschen drauf gucken. Und nach diesen Daten, dann können wir entscheiden, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Weil diese Bewegung, die jetzt hier gestern dann schon wieder stattgefunden hat, erst diese abverkauft durch die FED, dann wieder diese exorbitant schnelle Erholung, die wir hier gesehen haben, auch auf den 1-Stunden-Time-Frame. Weiß ich nicht, wie nachhaltig das ist. Volumentechnisch sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, ob wir hier zumindest in Richtung R1-Pi wird hochlaufen bis 4.964 Punkte. Das war ja so das gröbere Ziel beim S&P 500. Und beim Nasdaq haben wir unser Ziel sogar hier oben bei 17.800 Punkten derzeit. Schauen wir mal, was im Laufe des Tages kommt. Wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass wir jetzt hier noch einen exorbitant hohen Pump heute im Laufe des Tages sehen. Aber, wie gesagt, wir müssen da jetzt heute nochmal ein bisschen näher drauf achten. Und Positionen dann übers Wochenende, die wir nicht mal schließen können aufzuhaben, bringt uns dann auch reichlich wenig. Deswegen heute erstmal abwarten, so die nächsten Stunden. Ich gebe dann auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe hier dann nochmal Bescheid, wenn es irgendwas geben sollte. Beziehungsweise, wenn ich noch in irgendwelche Positionen dann reingehe, dann schreibe ich euch das da drin. Und ansonsten würde ich sagen, wir können nochmal ganz kurz Euro gegenüber dem US-Dollar gucken. Das habe ich nämlich vergessen. Also auch hier extrem starke Erholung. Wir sind zwar hier erstmal aus der Position wieder draußen, weil ich hier ehrlich gesagt von tieferen Kursen nochmal ausgegangen bin. Kann natürlich noch kommen. Also hier sind wir jetzt genau da, wo wir eigentlich vor zwei Tagen waren. Das heißt, die ganzen Bewegungen, die Fett ausgelöst hat, sind jetzt einfach wieder komplett zunichte gemacht. Und alles wieder beim Gleichen. Ich warte hier noch ein bisschen ab und gebe dann einfach Bescheid, sollte irgendwas kommen. Ansonsten, später kommt noch ein kleines XRP-Update-Video, wie immer, wie jeden Freitag. Und dann würde ich sagen, hören wir uns später wieder. Ich wünsche euch schon mal trotzdem einen guten Start ins Wochenende rein. Und ja, dann war es so von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und ja, wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay quick.